Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist wieder einmal Montag und wir beginnen nicht nur diese neue Woche, sondern wir beginnen auch den Mai, den neuen Monat, mit einem Blick auf die Preisentwicklung beim Goldpreis. Es ist so, dass der Euro-Goldpreis seit dem Erreichen des Jahreshochs bei 1.866 Euro Anfang April um etwa 3% gefallen ist. Mit anderen Worten hat ein großer Abverkauf also nicht stattgefunden, denn ich habe ja in der vergangenen Woche berichtet, dass nicht wenige Goldanleger insofern Kasse gemacht haben, als das Ankaufsvolumen im Edelmetall-Großhandel zwischenzeitlich fünfmal höher war als das Verkaufsvolumen. Und im Übrigen haben auch die Verfallstermine unlängst an der Comex erstaunlich wenig beim Goldpreis bewirkt. Aber schauen wir uns auch einmal das Chart-Bild an. Wir können konstatieren, dass der sozusagen kritische Bereich zwischen 1.790 und 1.800 Euro liegt. Das bedeutet, dass nachhaltige Kurse unterhalb von 1.790 Euro eine Fortsetzung der Konsolidierung, der Konsolidierungsphase beim Goldpreis bedeuten. Vermutlich kann das Ganze bis in den Bereich von etwa 1.740 Euro gehen und das wären dann gute Kaufkurse. Insofern nach oben hin jedoch der Widerstand von 1.840 Euro nachhaltig überwunden wird, dann ist es durchaus denkbar, dass der Auftakt für einen neuen Rekordstand im Bereich von grob 1.900 Euro gegeben ist. Unter dem Strich bleibt es aber dabei, dass wir aktuell eindeutig einen kurzfristigen Abwärtstrend haben. Auf Dollarbasis hingegen bleibt der Fokus weiterhin auf die 2.000 Dollar Marke gerichtet, was vor allem auch eine psychologische Marke ist. Es bleibt hier dabei im US-Dollar, dass Kurse zwischen 1.945 und 1.980 US-Dollar sozusagen der Anlauf für einen Ausbau des fünfmonatigen Aufwärtstrends sind. Aus charttechnischer Sicht ist es denkbar, dass es kurzfristig sogar bis in den Bereich um 2.040 US-Dollar gehen könnte. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal anmerken, dass das alles eine rein spekulative Betrachtung ist. Ja, die berühmte Glaskugel, Glasmurmel. Und es folgen jetzt wieder einige meiner fast schon berühmt gewordenen Durchhalteparolen. Ja, erstens, es kommt auf die langfristige Betrachtung an und hier liegt der jährliche Preisanstieg beim Gold seit 1970 bei annähernd 8 Prozent. Wer also heute eine Unze Gold für vielleicht 1.870 Euro kauft, der kann sie in 20 Jahren für voraussichtlich über 8.700 Euro verkaufen. Zweitens ist dieser Preisanstieg jedoch relativ bedeutungslos, weil langfristig nicht mehr und nicht weniger als die reale Kaufkraft beim Gold erhalten bleibt. Und das ist das Einzige, was man vom Gold langfristig erwarten kann. Auch wenn es zwischenzeitlich regelrechte Kurs-Explosionen geben kann. Nicht zuletzt dann, wenn die Wirtschaft zusammenbricht in Folge von beispielsweise Krieg. Und drittens gibt es im Grunde genommen keine wirkliche Alternative zum Gold und wann immer man Geld übrig hat, ist es nach meinem Dafürhalten so, ist es das Beste, es in Gold anzulegen und für einige Jahre bis Jahrzehnte ganz einfach zu vergessen. Überhaupt möchte ich einmal einen Gedanken ganz besonders hervorheben. Wer einzig und allein auf Rendite setzt, um Vermögen zu werden, der ist tief in seinem Inneren davon überzeugt, dass er es aus eigener Kraft heraus nicht schaffen kann, Vermögen zu werden. Den einzigen seriösen Weg zur ersten Million, beispielsweise zur ersten Million, zumindest nach meinem Verständnis. Der seriöseste Weg, ja, ja, den habe ich ausführlich in einem Exkurs in meinem Buch Jahrhundert Chance Silber beschrieben und alles auch mit umfangreichen Quellen belegt. Ja, so viel oder so wenig für das heutige Video. Wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen und ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Das ist kostenlos und hilft mir enorm weiter weiter zu machen, noch viel mehr Videos für euch zu machen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt diesem Video jetzt einen Daumen nach oben und in jedem Fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute, eine tolle Restwoche. Ja, sie hat ja gerade erst begonnen, auf jeden Fall eine tolle Woche. Auf bald! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.